So, hallo zusammen. Wir sind hier in der Periscope App und ich zeige euch ganz kurz, wo ihr einstellen könnt, dass eure Scopes automatisch gespeichert werden. Geht ihr hier oben auf euer Profil, dort nach unten in die Einstellungen und dort ganz unten habt ihr den Punkt Live Video automatisch speichern. Ich meine beim ersten Mal, weil er bei mir deaktiviert. Das heißt, schaut einfach mal nach, ob er bei euch aktiviert ist oder nicht. Wenn nicht, schaltet ihn ein und ihr findet dann die Aufzeichnung eurer Scopes in eurer Fotomediathek oder der Camera Roll, je nachdem auf welchem System ihr seid. Wird aber auf jeden Fall gespeichert mit Sound. Danke euch, das war's schon.